Wir sind in Klagen für Osterich, um das Jahr sehms uns sechsig. Ich werde den Kaffee in ein paar Minuten angreifen. Dies kalte Nacht ist der perfekte Rahmen für den Angriff. Kinder bonden, die an diesen Tickstitzen, sie sehen sich bewusst, was ich tun werde. Die Geldpasteren, streuen Erumen, meine Lusen filigeren. Es ist neuer Uhr, meine Herren, dies seid, ist gekommen.